Wow, das geht ganz schön in die Arme und sicherlich auch ganz schön in die Beine. Wir sind zu Gast beim Ruderverein Bremerhaven im Trainingskeller und wir sind zu Gast bei zwei Sportlern vom Ruderverein Bremerhaven, die geehrt werden für ihre Leistung im vergangenen Jahr bei Knut und bei Jos Lange. Ich muss schon sagen, Knut, das sieht gut aus, das ist hartes Training und definitiv ist das nichts für Weicheier. Nein, das stimmt, das ist nichts für Weicheier. Wir trainieren auch fünfmal die Woche mittlerweile, um auf den deutschen Meisterschaften auch vorne mit dabei zu sein und das ist ein Mix aus diesem Ergometertraining und Krafttraining, das wir nachher noch sehen werden. Jos, wie sieht es bei dir aus? Internes Bruder-Duell, wer hat da die Nase vorne im Moment? Bei den kürzeren Strecken sieht es bei mir ganz gut aus. Wenn es länger wird, hat mein Bruder vielleicht die Nase dann vorne. Bremerhaven, ist das so eine typische Ruderstadt, kann man das sagen oder hat das hier so ein bisschen einen provinziellen Charakter in Bremerhaven? Seid ihr nicht so anerkannt, wie ihr euch das vielleicht vorstellen würdet? Der Rudersport hat in Bremerhaven schon eine hohe Tradition und auch viele Erfolge, auf die wir in der Vergangenheit zurückblicken können und von daher würde ich sagen, dass wir hier schon das eher professionell auch betreiben. Ich bin Jos Lange, 26 Jahre alt und im vergangenen Jahr Ruder-Hochschuleuropameister geworden. Ich bin Knut Lange, 27 Jahre alt und im vergangenen Jahr Deutscher Hochschuleuropameister im Rudern geworden. ... Untertitelung des ZDF, 2020